Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Moin meine lieben Mutzer, was geht? Ich bin's wieder. Jo, herzlich willkommen zurück auf Solution Plays, heute wieder Mario Kart, Freunde, am Sonntag. Jo, was geht denn meine Freunde und herzlich willkommen. Hab schon richtig Bock, endlich ist es wieder soweit, Uwe ist in Deutschland, es kommen wieder regelmäßig Videos auf dem Sonntag um 10 Uhr. Gefällt euch das, Freunde der gepflegten Unterhaltung? Gefällt euch das? So. Nein, jetzt hab ich die falsche Karte genommen, ich wollte von Abfahrt nehmen. Ach, gar nichts hat gezuckt. Was zucken bei dir? Schau mal. Ich krieg ne verfickte Münze. So, geht mal mit. Moved! Richtiger 31er Move von... Yeah! Ey, du wurdest bei mir in der Animation getroffen, was ist denn das? Ja, guck mal hier! Oh, nein, 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 nein. Uwe! No, nein, 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 nein. Für den ersten hat's nicht mehr gereicht. Scheiße. Oh, ach so, ja, was ich vergessen hab. Zähler in meine Tasche. Check, ey, ich bin Wurat's Sohn! Ja, ne, weißt du, Horni, ich hab da unten Euro gesucht. Ja, hau raus, die Scheiße, Horni. Ey, Horni, dummer Huren. Fick ihn, fick ihn. Ja, 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 die Herrenfehler, meine Jets. Danny, gefällt dir das? Ja, ja. Ach ja, Jungs, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, aber der dritte Platz ist ein neuer Platz, ne, von der Bezeichnung. Horni ist jetzt auf dem dritten Platz, Danny kennt den wahrscheinlich noch nicht und Uwe. Der dritte Platz ist jetzt der Elotrix-Platz, weil drei steht für drei Uploads im Jahr. Ey, ja, ja, hol, moin, komm schon, gib Stoff, drück durch die Scheiße. Danny, komm schon, ey, er hat auch einen Stern. Ficken, Alter, Mann. Scheiße. Hast du eine Acht bekommen? Ja, eine Acht, bringt mir aber auch nichts, Alter. Horni, Monte und Danny sind am Stissel. Elotrix alias Carson ist leider nicht dabei, denn er hat Kopfschmerzen, meine lieben Freunde. Sagt mal, alle... Moin, moin. Sagt mal einmal Hallo. Kopfschmerz-Tricks. Was geht? Kopfschmerz-Tricks, genau. Wahrscheinlich, weil er dann, dann nach der Aufnahme ein Video hochladen muss, hat er gesagt, ei, das sorgt für Kopfschmerzen, da fangen lieber erst dann nicht an. Ähm, ja. Ah, Mann, wie fahre ich denn hier gerade? Aua. Ey, was... Digga, was mache ich hier? Was ist hier los? Es wird spannend, Freunde. Hashtag Spannung in die Kommentare. Ja, Digga, voller Verzweiflung, Alter. Ja, ich hab's gemerkt, ey. Scheiße. Boah, der haut an die Grüne, Alter. Ja, hab ich gesehen. Ey! Uwe. Uwe? Das muss jetzt noch was richtig Schönes passieren. Ich zeig euch mal, wenn ihr den Goldenen Boost macht, müsst ihr dann nochmal so zack und dann wieder. Und dann wieder. Was ist das denn? Oh, der kriegt. Oh, der kriegt. Oh, der kriegt. Komm, wenigstens Horn überholen. Komm schon. Yeah, like that, oh, like that, oh, like that. Eeeeeeah. Eeeah. Nananananaiis. Wollig, wohlig, alter. Letzte Runde. Ah, dann hat man natürlich wieder Vorteil, ne? Das ist einfach seine Map. Ich glaub, die hat er sogar mitentwickelt, weil da ist er mystischerweise immer erster, Alter. Ey, ja, ja, nicht immer, Digga. Du hast schon recht, ich bin hier oft erster, aber gerade oder oft in solchen Drucksituationen wie jetzt. Ja. Wo es darauf ankommt, den besten Platz zu machen, um dann am Ende auch noch Erster zu werden. Und da hab ich dann auch mal so Fettfinger, Digga, dass ich mal richtig vom Controller abrutscht. Sonst werde ich meine Freundin durchfinger und außerdem mal den Daumen ins Arschloch kugeln. Oh, ich bin hier die scheiß Münze, Alter. Oh, Maud, jetzt neib ich dich für dich hoch. Geht typisch kaputt, weißt du noch? Gib mir doch was Anständiges, was soll ich mit dem Geist? Attackieren! Vielleicht erschreckt sich ja jemand. Das ist ja... Ich sag kaum, dass ich gut spiele, Leute, und schon fahre ich wieder größte... Voll der... Naja, so gefällt mir das. Ey, was? Ich kann den Zug nicht mehr fahren. Lächerlich. Hä? Der Zug hab mich weggedrängt. Ja! Anzeigepack. Nein, ich hab dich schon weggedrängt mit der Bombe, Digga. Ja. Ey! Ist das knapp, Motte? Ja? Hast du Angst? Ja, aber ich hab einen Pilz! Nein, bitte nicht! Schade, Digga, schade. Da kommt die Rakete! Ey, das ist so lächerlich! Leute, einmal... Einmal Hashtag Rakete, wieder in die Kommentare. Sie ist wieder da, Freunde. Du bist in Elitrixplatz, Digga. Ist so. Die an der Seite ist hier gut, Digga. Hier, zack, zack, bam, runter. Okay, ich vertraue dir nochmal. Ich schwöre, die hab ich noch nie genommen. Die ist re... Die war runter. Die ist geil. Wenn man die richtig nimmt, ist die gut, Digga. Mann! Das sind immer die Besten, Digga. Ist so, Alter. Der Kamer kassiert. X, der... Och, Mann! Geil, ich hab einen Stern gehabt. Als wieviel hast du den Blitz bekommen? Als... Vierter. Als viertern Blitz? Ja. Fall vom Glauben ab, Digga. Ja, Stern! Und das währt nix. Haha! Fuck, Mann! Herzlichen Dank. Mach keinen Fehler. Ja, komm! Tritt drauf, Aldi! Nein! Fuck! Was war los? Alter! Was denn? Digga, Danny, ich hab in den Rückspiel geguckt. Du hast mir meine Arshaare abgeknabbert. Alter, der goldene Pilz, Alter. Ist doch so knapp, ne? Leute. Mega! Leute, ich stehe doch immer mit schwarzen Augen durch. Digga, das war so knapp. Digga, das war so unfassbar, Leute. Ja, Mann, heftig, Digga. Och, nö, Diki, Mann. Immer, immer du die guckst. Mann, Orny, du dumme Gurke, Alter. Hahaha! Das ist eine für den Blauen. Oh, eine für den Blauen. Und Blitz! Oh, sein Herzchen. Oh, mein Gott. Sieh durch! Ich hab's den noch schaffen, Danny. Ach, Mann. Ey, mach keine Scheiße, hier. Dich mehr fahr ich aber auch nicht. Ey! Ich fäng scheiße, Mann! Danny, Alter, du Fotze! Fotze! Das sah so witzig aus, wenn ich extra noch langsam mich positioniert hab, damit ich gut rüberfahre. Hier. Och, Mann, Uwe! Uwe! Ey, ich fall hier mal entgegen, Mann! Nein! 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 Ach, Uwe, Mann, du Stück. Ja, Mann, das war so nahkampfmäßig von dir geregelt, Digga. Oh, richtiger Bückstück ist der Uwe, Alter. Geiles Ding. Ich hab dich so bedroht, Digga. Geil! Ich fall runter! Ja! Aha!